herzlich willkommen zur nächsten folge von gta online so wie gesagt jetzt machen wir endlich was heute mit militär nicht mit ihr militär so ich gehe aus dem passiv mutter raus weil letzt ja ich bin schnell reingegangen wegen dem pfeufer namens unkaputt war von und hörgeschädigt der ist anscheinend schon geschädigt heute auch nur mein kopfgeld haben aber naja ich habe eine bessere die wir bestellen uns ja ein heli ich steige jetzt aus das ist so einer wenn er mich fragen will dann sag ich gleich wenn er mich fragen will dann sag ich gleich ach da ist er ja schon ich markiere ich das gleich hier dass wir wenigstens in dieser folge ein jet zu klauen schaffen wo ist er? da get back out of the way alter und der und kaputt war er braucht die kleineren level was wird er nachmachen können wenn er immer noch im heli ist da werden wir ihn abschieben da ist schon die gute militärbasis da ist schon die gute militärbasis da ist schon die gute militärbasis haben wir überhaupt einen fight schon nein deswegen müssen wir landen denn das ist das ist das ist Das war's. Oh ja, ja, ey, was vor dir? Unmöglich mit denen. Da rufen wir jetzt Lester an, komm, schau, weg, hätte es machen. Hey, how can I help? There, enjoy. Oh, boy. So, da ist unser Shit. Okay. Okay. Was sah ich hier aus? Sieht doch cool aus. So. So. Schnell gucken. Wo ist der? Da ist Goldschmutter Sitzung. So. 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 Das war's für heute. So fliegen wir jetzt zum Flughafen und beten die Folge erstmal. Ich gehe mal wieder in den Passivmodus, da ist er jetzt so neu gemacht worden. Deswegen ciao, bis zur nächsten Folge von GTA Online. Bis zum nächsten Mal.